Mein Name ist Hanna Waligora. Ich arbeite bei Waligora Manufaktur für Bad und Heizung in Grafenau. Ich bin ins Handwerk gekommen eigentlich schon ziemlich früh, weil ich auch mit meinem Vater wirklich schon von Kindesbeinen an eigentlich Kontakt mit der Branche und auch dem Beruf hatte. Durch mein Studium in der Hochschule Essingen mit Schwerpunkt Heizungstechnik hatte ich die Möglichkeit, meinen Beruf in die Handwerkerrolle eintragen zu lassen und bin entsprechend dann einem Meister im Handwerk gleichgestellt, was mir natürlich unglaublich große Vorteile jetzt auch in der Unternehmensnachfolge bringt. Ich habe die Entscheidung auch nie bereut, weil einfach im Handwerk war es möglich, die eigenen Werte zu leben, die eigenen Werte weiterzugeben und einfach auch die Tradition hochzuhalten. Zu Beginn der Übernahme bei uns wussten wir am Anfang gar nicht, was muss man eigentlich alles beachten und da haben wir uns an die Handwerkskammer gewandt und konnten dadurch dann relativ schnell eigene sowie gemeinsame Ziele definieren und durch die Diskussion über die Ziele und manchmal natürlich auch Streit über die Ziele unseren Weg voranschreiten. Streit und auch Diskussion ist in dem Prozess normal und auch wichtig, deswegen macht euch da keine Sorgen. Da bewegt sich was und das ist dann auch gut so. Der Prozess dauert nach wie vor an. Wir freuen uns jeden Tag, dass wir auch mit Junioren und Senioren gemeinsam in der Firma arbeiten können, eben Werte aufgreifen können, Traditionen aufgreifen können, Erfahrungen austauschen können und die Handwerkskammer begleitet uns auf diesen Prozess, sei es mit finanzieller Beratung, Beratung in der Rechtsform oder einfach die klassische Unternehmensberatung. Um einen Betrieb übernehmen zu können, ist es wirklich wichtig aus meiner Sicht, dass man für das Thema total brennt und vor allem nicht nur alleine dafür brennt, sondern das ganze Team dafür brennt, dass sie sowohl hinter der Sache als auch hinter der Übernahme stehen und man gemeinsam wirklich die Tradition weitergeben kann und eben den Schritt in die Unternehmensnachfolge wirklich auch schafft. Für alle, die noch an der Entscheidung dran sind, ob sie ins Handwerk gehen oder nicht, ich kann euch nur empfehlen, traut euch, arbeitet mit uns gemeinsam an unserer Zukunft. Man kann ganz gut Verantwortung hier übernehmen und das ist auch gewünscht. Wir können jede helfende Kraft gebrauchen, um eben das Handwerk weiter fortführen zu können.